ok moin leute und herzlich willkommen zu bischi baschi special ich bin gespannt was das spiel erwartet was das spiel erwartet genau was das spiel uns ein schönes bringen wird bischi baschi alone, bischi baschi with two, bischi baschi together ja man müsste auch bischi baschi im kopf es dürfte so was sein wie vario ware wie es kennt von der wii zum beispiel hyper mode, crazy mode, slack game, bischi baschi das zählt für mich immer wie bischi baschi, aber ok lasst uns doch mal crazy sein heute wir sind heute immer richtig crazy pack attack was heißt das ach der puck ah ok einfachsteuerung ok verstehe aber nur nach oben drücken und festhalten dann ja komm schon bam ich will diese komische krambe nicht wenn du nicht was ist das denn wie lange geht das eigentlich bis fünf oder so oder oh Im From an auf dann ich will cake muncher attention turn the buttons like crazy wie alle ok ja krass kacke Irgendwie sowas, was auch mal er sagt. Ich hab keine Ahnung, aber es klingt lustig. Jackla Panic. Catch the falling bottles. Hä? Ne! Äh, wie fange ich die denn? Hä? Verstehe ich nicht. Boah, jetzt läuft's. Glaube ich. Ne, es dann fertig noch. Ich glaub, was ist es denn? Wie fang ich die anderen denn? Oh nein! Ich fall hier! Glaube ich! Äh, jetzt glaub is das denn? Nix! Links! Ah, nix, eh, ja! Drecks, links, links! Ohhohohohohoho So geil! Ja, äh, ist so geil! Ich hab voll wie die Punkte. Ja, egal! das ist so herrlich ich liebe so einen quatsch das haben wir verloren egal das war auch fies so death conveyor belt run to avoid failure, wie er lauf ich? ach wieder eine köpfe drin wie verrückt, verrückt ich gewinne komm schon lauf ich hab gewinnt fett ich weiß gewonnen heißt das ist mir egal dauern jetzt muss ich nur kaffee just circle what's correct okay which one is for men okay which wins was verstehe ich nicht which is facing the left ist correct ach so ach verdammt männer was nein ach verdammt brot oh nein der ist mir zu schnell alter dreimal sieben ja ach verdammt blow auf floppy toll oh manno ich hab voll verloren der computer ist voll schnell ist wieder vorbei ach schade continue schade das war es schon wieder aber ich glaube ich habe mal wenigstens eine kurze einsicht bekommen ich bin nicht ganz fit heute game over was dieses bekloppte spiel jetzt euch bringt also ich denke mal mit zwei leuten macht es richtig laune und auch mit mehr als zwei leuten besonders wenn vielleicht man nicht ganz so nüchtern ist ist das bestimmt noch ein bisschen witziger das ganze bescheuerte spiel ja ich danke euch auf jeden fall fürs zuschauen hoffe es hat euch gefallen vergesst nicht einen dicken daumen da zu lassen in dem besten fall nach oben selbstverständlich wenn euch denn der ganze quatsch gefällt den ich hier so mache ich würde mich überfreuen vergesst nicht zu abonnieren zu kommentieren zu liken und zu teilen und ich hoffe wir sehen uns dann beim nächsten video wieder bis dahin leute ciao ciao bis dahin leute